Klassen erstellen Nachdem sie sich als Anseigner aufgemeldet wird, kann sie in einer Anseignungsführung so viele Klassen erstellen, wie sie braucht oder will. Dafür klickt sie auf die große Knappchen beim Plus-Tischen, klickt sie hier für eine Klasse und sie wählt sie sich raus und sie benennen sie in Gruppe oder Klasse. Für die Klasse oder die Gruppe M zu benennen, da klickt sie auf den Bleistift. Ausschließend klickt sie auf den Häkchen für die Änderungen zu bestätigen. Für die Schüler sich an ihrer Klasse oder Gruppe anschreiben können, muss sie hin in den Klasse-Code gehen, den an der Demöme steht. Der selbste Schüler kann gleichzeitig an mehr für eine Klasse oder Gruppe angeschrieben sein. Sobald ihr in der Affiliate Klasse klickt, könnt ihr an der Klasse ausüben. Sobald kein Schüler sich an der Klasse anschreiben, ist es normal, dass der Muffang nach kein Schüler abgelöst wird. Für die Schicht, auf die Versicht von der Klasse zu kommen, klickt man auf den roten Knappchen auf rechts mehr Klasse. Ihr Schüler kann an enger oder mehr Klassengruppen angeschrieben gehen. Wenn ein Klasse oder Gruppe aber nicht mehr gebraucht geht, dann klickt man auf Jere Klasse und wählen Archiveler Klasse bei der überflüssigen Klasse. Klasse wird bei diesem Schritt gelasht, wie die Schüler aus der Progression bleiben am System bestohlen und ihr könnt selbstständig weiter schaffen. Dieser Schritt kann auch gängig gemein gehen, an dem Sinn, ob diese Archiveler Klasse klickt. Klasse wird bei diesem Schritt gelasht,